Aha Freunde Willkommen zurück Willkommen zurück ich hab noch mal kurz was geguckt wegen meinem Mikrofon Ich muss mal kurz die Flasche runterstellen World of Generals Ich glaube einem der besten Spiele die ich Also wirklich ein sehr sehr schönes Spiel Wir spielen natürlich weiter mit dem sowjetischen Übungshauptquartier Wir können ja mal bei der Forschung gucken Und dann kann man hier gucken Naja Wir klicken auf Gefecht Und suchen mal nach einem Gegner Oh Ein Ami Ja Also ich bin dran So So dann beenden wir die Runde Ich würde sagen der spielt noch nicht so lange Der will doch nicht im Ernst auf meinen Panzerjäger drauf gehen oder Was hat der Fall Was hat der Fall So, gleich mal ein bisschen Schaden gemacht. So, gleich mal ein bisschen Schaden. So, dann enden wir die Runde. Na, kommt der gleich mit einem schweren Panzer an? Na, wie erwartet. So, dann enden wir die Runde. Der hat jetzt natürlich ein bisschen was kassiert, hat zwei Panzer verloren. So, nächste Runde kommt mein T35-1 oder meine Su-18. Ah, dann werde ich mal gleich mal gucken, was ich tue. Oh, ein LT1. Oh, mein T6 ist Geschichte. Und ein T6. Und ein T6. Okay. 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 Manish here, I'm not. Oh. Das ist hart. Okay, wenn du das so willst. Okay, wenn du das so willst. schon wieder an der Zähne so viel hat er vorhin glaube ich auch schon mal jetzt kommt jetzt fängt er auch an mit dazu zu schießen oder was ja heil dich doch noch mehr hoch ja komm mach meinem a7v schaden das willst du doch ja 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 Das war's. Momentan sieht so aus, jetzt würde ich mal ein Spiel verlieren. Wenn natürlich auch mal was schönes. Also ich habe seit dem letzten Mal nicht mehr gespielt. Also dann müsst ihr euch irgendwie überfragen. Ja okay, meine so 18 verabschiedet sich damit. T21. Man sieht. 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 Ich denke mal das Spiel habe ich verloren. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ja, er hat mich. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Dann bende ich die Runde. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Jetzt bin ich weg. Ich kann nicht, dass ich da viel machen kann. Ich kann keinen Panzer setzen. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich denke mal nicht, dass ich da viel machen kann. Ich würde sagen, der spielt das schon ein bisschen länger als ich. Der wird das schon sicherlich ein bisschen länger spielen. So. Du weißt ja jetzt nicht, was er machen soll oder wie. Ich weiß auf jeden Fall, was ich die Runde gleich machen werde. Ich habe hier noch die Karte Kanonier. Obwohl, die ist ja noch da. Und sobald die aufgebraucht ist... Nein, ich werde erstmal ein paar Mal das Trainingscamp von ihm angreifen. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der momentan ein bisschen abwesend ist. Ich will hier jetzt keine 50 Sekunden immer erwarten. Gibt's doch nicht, oder? So, der T6 hier dürfte, wenn ich wieder dran bin, auch Geschichte sein. Drei Schaden, drei Schaden und zwei Schaden. Ja, dann ist der T6 auf jeden Fall Geschichte. Oh, der ist offline. Oh, das... Okay. Ich schalte nur kurz die Musik aus. Können wir ja gucken, was man... Kann man hier ja mal gucken, was man hier hat. So. Okay. Okay. So, dann gucken wir mal bei der Forschung. Ich mach das, versuche Zeichern an der Zieleinhalt. Hm. Was macht die Karte? Okay. Also, man kann die Karten auch mieten. Also, das finde ich ganz interessant. Wir können ja mal gucken, wie das hier aussieht. Wir gehen mal auf ein Profil. Jetzt geht's noch mal auf. Wir gehen mal auf. Sind wir nicht? Ja, dann geht's. Wir gehen mal auf. Aktiviert duer T6, nach der Ziele. Jetzt geht's weiter. Dass wir nicht auf die YouTube dazu haben. Ja. Ich schlappe mitise. Ja, das ist eine Frage, ob ich aufwerte oder nicht. Ja, wir gehen mal kurz zurück auf den Hauptbildschirm, bearbeiten und gucken wir mal die Karten durch. Okay, das, ähm, Videodeck. So, jetzt kann man sich das halt hier natürlich mal durchgucken. Welche Karte nimmt man raus und welche lässt man drin? Man kann natürlich jetzt sagen, so und dann so. Und dann gehen wir mal zurück. Dann speichern wir das mal. Die Karten und Hauptkort hier sind hervorragend. Naja, ähm, obwohl ich lasse ihn kurz aus. Ja, das war's dann mit dem Video. So, ich muss mal gucken, ob, vielleicht kommt nächstes Mal ein längeres Video. Ja, das, also ich muss mal gucken. Das Video geht ja jetzt natürlich auch schon wieder fast eine halbe Stunde. ne, und ich möchte halt nicht, dass die Videos zu lang werden, denn dann dauert das Hochladen wieder so lange. Und wenn sie zu kurz sind, ist das halt auch nicht immer so wirklich so nett. Naja, deswegen werde ich mal gucken und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin sage ich, ciao Leute, lasst doch mal ein Abo da oder ein Like. Kommentiert, favorisiert, teilt, was ihr wollt.